St. Bravo, wir sehen 70 Feinde in Ihrem Bereich. Bitte bestätigen. Sehr lustig, Station. Negativ. Total negativ. Over. Könnte ein Fehler in einem der ACS-Module sein, Sir. St. Bravo, Systeme werden gerade auf Fehlfunktion überprüft. Der Himmel ist frei, Station. Sie haben da ein paar Phantompunkte. Over. Zulu X-Ray 6. In Ihrem Bereich werden etwa 100 Feinde angezeigt. Negativstation. Alles bestens. Ich weiß leider auch nicht. Sonneninterferenz. Starke Sonnenfleckenaktivitäten heute. Sierra Delta, wir haben hier vielleicht ein kleines ACS-Problem. Sehen Sie irgendwelche Feinde. Over. Sie sind überall. Sierra Delta, wiederholen Sie. Ich sehe Kampfjets über der I-95. Die Teuerle sind Sie durchgezogen. Bereithalten. Kontaktieren die nächsten Einheiten in diesem Bereich. Verstehe. Hier ist Sergeant Foley, 1. Bataillon, 75. das Ranger-Regiment. Befehlshabender Commander von Hunter 2-1. Hören Sie mich. Over. An alle Stationen. Achtung. Satellitenüberwachung wurde deaktiviert. Geräuschüberwachungssystem zurzeit nicht einsatzbereit. Verstehe. Verstehe. 6 glaube ich ne was geht also ich habe das level leider schon gemacht weil ich das aufgenommen habe allerdings habe ich dann probleme gehabt das alles in einem einzigen part dann zu rennen weil das wird bei mir immer in abschnitten aufgenommen und beim zusammenschneiden da hatte ich zu immer probleme und das wurde dann mitten in der offenelbe mitten beim schneiden immer abgebrochen und später und die datei die dann raus kam dabei war 66 gb groß dass mich doch erstmal erzählen bevor er mich abknallt deswegen habe ich jetzt geschaut woran es lag und es lag daran weil ich auf einem hohen bildschirmauslösung gespielt habe nämlich auf 1280 glaube ich so rum und jetzt spiele ich auf 640 jetzt muss das ganze wieder besser laufen allerdings ist es jetzt nicht mehr so hd mäßig also ja eher ein bisschen unscharf kann man sagen aber es leckt nicht mehr sagt man so und auf die qualität kommt es auch eh nicht so wirklich an hauptsache ist läuft gut und ihr könnt es sehen also er gut dann zurück zum spiel als die russen sind hier in der usa gelandet kugel können dieses fahrzeug nicht bestätigen danke habe ich jetzt auch schon gemerkt ich folge dich auf schritt und tritt oder so ähnlich ich sehe den rauch bei der abflussstelle da ist besser runtergegangen die usa wurde überrannt warum rauchgranaten wir bauen doch keine rauchgranaten ich schmeiß mal eine hallo hallöchen was war denn das jetzt ich blöde nimm das fahrzeug sagt es doch Jaja, ich hab ja schon verstanden, Rauchgranate auf dieses Fahrzeuger schmeißen und aufpassen, dass keine Fahrzeuge in der Nähe hochgehen und aufpassen, dass ich jetzt von Kugeln gekehlt werde. Ja, okay. Was, warte, ich bin, äh, angeschlagen. Muss erst nachladen. Nee, du killst mich hier nicht. In meinem eigenen Land killst du mich nicht. Hi, und tschüss. Hallo, ist hier jemand? Ja, hier ist jemand. Hier nochmal ein Geschenk für euch. Oh. Sie wollen mein Geschenk nicht. Wah! Schnell runter. Ruhig bleiben. Okay. So, tun wir mal das Taxi explodieren lassen, dann stirbt doch der Feind dahinter. Ruf mal ein Taxi uns. Bringen wir uns hier weg. Das ist hier, weil so viel Blei nicht in die Luft geht. Hallo, ist hier noch jemand drin? Tanksteinmitarbeiter, hallo. Hallo, ich möchte gerne etwas kaufen. Nämlich diese Melone hier. Oh. Hm. Was ist das? Sieht aus wie ein Donut. Ne, ist es aber nicht. Was ist denn das? So, ein bisschen Dosen werfen. Äh, Dosen. Ja, werfen. Hülle. Ich hätte gerne was zum Trinken. Ich möchte diese Leiter hier kaufen. Ist das irgendwie möglich? Herr Verkäufer, ich möchte diese Leiter hier kaufen. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Bäm. meine Fenster kaputt wo schießt ihr denn? ihr schießt in den Himmel, ja ok, kann man machen Heilpö, Morgan KFC na los ab in den KFC KFC brusche Chicken Wings ok na mach ich hochkleitern Achtung Ladies, da sind Trucks im Süden was? wie? was? wo? das Geschütz funktioniert auf jeden Fall, das ist ja der lebende Beweis oder der tote Beweis also ich kann so verschieben das geschütztes weiß ich aus der blind Aufnahme die ich leider löschen musste weil sie zu groß war viel zu groß wo ich hin schieße ich schieße auf den Feind ich sehe sie sogar vielleicht gibt es hier irgendeinen Sniper hier ist ein Sniper ist das ein Sniper? nein ist kein Sniper habt ihr vielleicht habt ihr vielleicht einen Sniper? kannst du mir einen Sniper geben? hallo ich brauche einen Sniper dun hm vielleicht haben die Gegner einen Sniper ich frag sie mal entschuldigen sie haben sie einen Sniper Gewehr damit ich sie besser töten kann Was ist das? ein Rocket Launcher Ich tausche immer gegen meine Pistole erstmal muss ich wieder hochjumpen hm Hm Ketchup Was ist das? achso glas hier kommt sie nicht rein ne du kommst sie nicht rein ok hier kommt es ja rein ich hätte mal hoch ich glaube das geschützt stelle ich direkt davor vor dem vor der luke damit sie sofort ins visier genommen wurden ungefähr so genau so es funktioniert das ist ein sniper sieht so aus oder ist es ein sniper oder der raketenwerfer hat gar keine munde mehr da ist er nutzlos das ist die waffe aus dem letzten level so ich nehme ein wofeind hier bitteschön gegner ich glaube die lassen noch stehen die kanone hier ganz einfach die laufen hoch ungefähr so und dann so moment moment ich brauche erst dieses geschütz hier nein diese waffe dieses geschütz geschützt ich würde das geschützt mitnehmen jetzt müssen wir nämlich wieder runter hey cool geht's sogar dann platziert mal hier los geschützt mach was mach was braves geschützt ich nehme mich mit ich rette dich warum man schreitet zur tat okay geschützt bewacht dieses diesen eingang hier es funktioniert hätte ich nicht gedacht dass es funktioniert okay dann müssen wir weiter mit schnell 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 so knapp dieses fahrzeug hier ab vielleicht geht es ja mal schauen wo geht's ich glaube nicht dass es geht es nicht nur wieder mit geschützt kommt oh granate weg weg gut dann stelle ich mir hier auf guter junge soll das papa mal das machen so hallo hier was ist jemand es leckt bei mir ein bisschen kaum vorstellbar aber es leckt es hat aufgehört weil man kurz ein frame mit frame rage spinnen spinnen okay ein frame rage spinner sagt man so ach nein habe ich mein geschütz doch ich will mein geschütz geschütz ja es ist noch da ein geschütz geschütz komm her du bist ja nicht sicher warte warten sie der feind warten sie doch bis ich dieses geschütz hier aufgestellt habe okay ich glaube ich hole es mal noch ich muss dieses geschütz beschützen haha so wenn jetzt der feind daher kommt dann okay wir haben sich alle erledigt okay ich will ich nehmen so jeden pass jetzt greifen die feinde nehme ich den helf sie an oder was weiß ich was das für ein restaurant ist oh was haben wir denn hier ein predator ich weiß predator ja 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 kevin ist noob ja ist klar was knall ich denn ab ich glaube ich nehme mal dieses fahrzeug hier im visier es knallt mein geschütz ab rache lebt es noch das geschütz geschütz mein geschütz hat überlebt ein wunder ok mache ich es einfach nochmal aber erstmal muss ich ach egal scheiß auf die deckung und nein warte ich will mein geschütz noch retten 2 1 sind sie noch da jetzt muss ich wieder in das andere restaurant roger alle zuhören planänderung ziel bei dir auf 10 Uhr ramirez hmmm burger town jetzt habe ich Lust auf den burger vom burger king wir bewegen raptor sobald wie möglich am nordeingang vom nade sammeln oh ist sie ganz schön raben pulniert war das ich oder waren es die feinde dann platzieren wir das geschütz einfach mal hier feinde seid ihr feinde ja nein seid ihr nicht gut dann seid ihr meine freunde ok das geschütz ist mal ins genial platziert momentan geschütz so dieses geschütz wird hier platziert und siehst du einen feind er sieht einen feind ja guter junge und siehst du noch einen feind ich muss gar nichts tun das geschütz macht ihr schon den ganzen ich hoffe nicht mhm burger na warum zu schüchtern da komme ich nämlich mit ich rede mit einem geschütz unglaublich der kevin dritt durch nein mein geschütz nein diese arsch ich habe mein geschütz zerstört rache wo seid ihr ihr habt mein geschütz zerstört und jetzt bin ich wütend wo wo ok ich bin immer noch wütend was hast du ja mein geschütz demoliert hat er ist sicher er ist sicher wichser wo ich werde euch alle töten mit einem headshot hehehe ok was ist das striker ich glaube so entstehen Amokläufer die wurden immer die haben immer wurden äh die geschütze von den Amokläufern wurden immer von wurden immer zerstört deswegen sind sie immer so sauer und so ah mein geschütz nein meine Waffe ist voll scheiße 3 was 3 ist Neujahr oder was achso er hat meinen Tod runtergezählt ok time to die ne kannst du nicht durch dun musst du aufs klo weil du dun Schiss hast ne die nehme ich nicht mehr die Waffe ist ein riesiger fail was ist denn hier hm hey ein Dollarschein Dollar jede Menge Dollar 3 Kohle her ja kann ich hier hoch ja so äh Burger Town aka Burger King hehehe halte mir die Typen vom Leib welche Typen ziel erledigt hallo auf eine auch da hinten kommen sie diese Waffe ist total scheiße ich will eine andere ich will eine andere warum habe ich meine Waffe überhaupt von Anfang an abgelegt das war dumm der AK-47 ah der AK-47 die ist natürlich eine gute Waffe mein geschützt so was ist das eine TAR kenn ich gar nicht okay jetzt haben wir langsam wieder gute Waffen verteidigen wir den Burger King vor äh McDonalds Angestellte so was oder was gibt so eine Sittk rein ist schon wieder können sie das selber machen ich bin hier gerade auch beschäftigt ach Mensch kann es noch irgendeinen machen der auf einer Toilette sitzt oder sowas der aufs Klo muss oder oha und ich wurde angewürfen was für ein Fail so Laptop raus sonst gehe ich auf die zwei mein geschützt ich habe mein eigenes Schütz noch mehr zerstört wo ist denn das jetzt lebt es noch hey au tschuldigung rest in peace geschützt was sind die Gegner jetzt die müssen da hinten sein ne hallo Gegner oh er hat seine Waffe ganz schön weich weggesleudert ach ich habe noch eine ich wette jetzt werde ich abgeknallt ich habe mich fast selber gekillt mit der Predator also ich fälle hier rum das ist unglaublich unglaublich ist das ich nehme dich unter die Schuss da schaust du was das ist ein direkter Trefferansatz verein weiterschießen ach ich habe noch welche hier sind noch welche da liegt sogar ein Fallschirm er hat hier seinen Fallschirm liegen gelassen gut getroffen aber die hat auch getroffen ja voll schlimm ah da hinten sind es jede Menge Ameisen zum zertreten oh eine Ameisen hat nur Raketenwerfer na ich hätte diesen Gewerbeschild zum ersten Mal bringen wir bringt Werbung was ich glaube mal das ist ein Feind kann auch wenn das ein Feind war aber mir egal Mensch macht er auch mal nur das den ganzen Scheiß mache ja ich Kampfhubschrauber was kommt denn noch alles Wurde dann ist egal kein Heli wie jetzt soll ich es da hinten hin oder dort hin da hat wohl jemand ein Rad ab so ab ins Gebäude was ist das ach so diese Dinger da was wir in der Tankstelle gesehen haben nun gut das kennen wir ja aus dem ersten C-Judy diese Stringer Dinger na wo ist denn der Heli wir visieren an und und machen das hier und hol ihn vom Himmel aber fall bitte nicht auf mich fall nicht auf mich fall nicht auf mich böser Heli gut die AKSR für schwer gepanzerte gegenfeinde nutze ich aber ich habe momentan keine andere mehr das ist meine einzige Wache die ich gerade habe was für wieder einer wie viel haben sie eigentlich diese Wusten ja ich der zweite Helikopter ausschalten ho 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 noch eine ja ich habe ja die stringer verwendet genau deswegen habe ich dann noch diese ja klar hier sollte er zum himmel holen ach so er hat sich schon sehr von himmel geholt na dann hallöchen und tschüss die tanke geht den momenten los da ist mir egal schleichen uns an den port heran und benutzen den teleporter immer ruhig bleiben wo sind die gegner hier ist einer habe ich habe gerade so viel spaß ich will jetzt noch nicht aufhören ich habe külpel angegriffen so was gibt es denn im drive-in classic burger für 5 dollar 99 crispy chicken burger hat sich alles an die burger klingt was noch ich bestelle noch schnell ich glaube ich nehme einen classic burger mit einem extra viel special burger ein kohler gibt es auch noch dazu ist ja cool okay wo ist mein wagen da kann man gleich das hinfahren drive-thru heißt im amerikanischen glaube ich was ist denn das buy two kids menü one free poster hallo ich hätte gerne einen was was war es für ein burger ach egal ich hätte gerne einen burger weil es noch schnell ich bestelle noch schnell ja egal auf dem burger ein feuerwehrauto ok also gut dann fahren wir für mich in dieses drive in ok drive in drive im drive in drive in drive in